Hallöchen, Türchen Nummer 17, das letzte, das heißt das erste Fach ist leer und lasst mich raten, es ist ein Bit, wer hätte das erwartet, ein Torque, ein T25, also noch ein bisschen dicker, es haben wir schon eine ziemliche Horte an Bits, ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen, ich habe das hier nämlich immer liegen lassen, das sind jetzt alle Bits, die wir haben bis jetzt, die sind echt schwer muss man sagen, jetzt weiß ich warum der Kalender so schwer war, so die tun wir alle wieder hin und ich würde sagen bis zum nächsten Mal, Ciao!